Das ist durch die Bibel, 1. Königsprogramm Nummer 8. Die Bibeltext für diese Lektion ist Kapitel 18, Vers 17, durch Vers 640. Du hast vielleicht angeschaut durch das Programm von dir und du hast den Herr Jesus angenommen aus dein Heiland. Du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, aber du wohnst vielleicht in einer Kolonie oder in einer Angebung, wo deine Freund und deine Norbert oder Freundschaft dort nicht leben, dort die Bibel klar ist und wo wir dort können weiten, ob wir ein Kind Gottes sind oder nicht. Wenn das so ist in uns leben, dann kann uns dort zu Tiden sehr einsam verkommen und das kann sehr schwor werden. In das Ferienprogramm sahen wir, wo Elia in Maun Gottes zum Frühschirm kam, und die Zeit, wie es die Aufgärterie hat immerhin genommen, wo dort sehr schwor wir für Elia Gott zu bekannen. Für der, wo wir sehnen, wo Gott ein Maun Elia bröcchen hat, seine Kraft zu bewiesen, jen hunderte falsche Propheten, wir wollen sehnen dort ein Maun, der da an Gott leben hat, in es, weil ich abgestoßen für Gott, wo es nie zu schauen waren. Ich glaube, dir war er an, um das Programm zu hören, um zu zeigen, was wir von diesem Maun Elia zu lernen haben. Herr, ich danke dir war er für dein Wort, und bitte, du musst errichtig sehnen. Amen. Hier ist Prediger Elmer, Reimer mit dem Programm der Echte Bibel. Wir hören nun wieder mit der Geschichte von Elia und dem Ahab. Wir reden von der Interessante, dass dreimal es gesagt wurde, Elia ist hier. Die Elia hat sich zähnen lassen von dem Obadiah, und hat zu ihm gesagt, dass er nun nun Ahab geht und zu ihm sagen, dass Elia hier ist, und er wird sicherlich mit Ahab tokommen. Über die Obadiah es Mestrush. Übermette Tiet geht er und sagt zu Ahab, dass Elia hier ist. Weißt du, dass er eine Tiet, wann der Wader wird gesagt worden, Elia ist hier. Ich lees nun eerst die Tienige 18, 17 und 18 der Faj. Und das passiert, als Ahab Elia sagt, dass er zu ihm sagt, Best du, die für Israel trübel anredet hat? Und sie antwortet, das heet Elia, Ich habe nicht trübel anredet für Israel, über du und den Föder sein Haus, und dem, dass ihr dem Herrgatt seine Gebote verlotet hat, und zend dem Baal ihm nach ihr Fajd. Elia macht das nun sehr klar, und sagt zu Ahab, Ich do Israel nicht trübel machen über du best, hey? Das ist nicht möglich, Elia sein Prede nicht recht zu verstehen. Ahab, was kriegt, was Elia sieht. Elia hält nicht ein Blut für ein Mühl. Er sieht, das kriegt, so sind wir. Da ist ein Verglück mit, was nun passiert. Zöne, die vriesenig sind in Religion, doene Egel die wahre Christen beschuldigen, versträht an die Gemeente. Über wer ist endlich die Schuldner? Doe wie in der Zeit jahre träg, als die Gemeente sich an Gott's ein Wort hilde. Wer hat den von den Grundweichen leid? Zöne, die die Bibel nicht mehr annehmen, als das Wort Gottes wird. Die sind die Schuldner. Das ist so, als ein Prede sieht, als er anbeschuldigt wird, dass er die Gemeente verlaten hat. Er hat gesagt, dass er die Gemeente nicht verlaten hat, die Gemeente hat er anverlaten. Er hält sich noch an Gott's Wort, so als er die Gemeente zu einer Zeit hat. So wird das hier auch. Er hat die Elia beschuldigt dafür, dass er nicht regn wird, wie er warst für drei und ein halv Jahre. Dass er Trübel wird im Land. Er hat gesagt, dass Elia hat Trübel angeregt im Land. Und einem sind erst so, dass wenn Gott sein Wort klar gepredigt wird, dann der, dass er Trübel anregt, in die Gemeente auch im Land. Und dann die Elia dem Ahab wird verstellen. Sie würden eine Waad haben, auf eine Ort in Spelstried. Er sagt zu Ahab, nehmt ihn in der Versch, und nun Shekram insammelt ganz Israel-taub wie den Karmel-Borg und die 440 Baal-Profeite und die 400 Aschere-Profeite die 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 Elia des Eteres eten. Das Spelstried bin nun endlich zwischen dem Herrgott und dem Zoten. Und dann kann einer sich vorst utdenken, wer gewinnen wird, das wir zwischen dem Wohrgott anbäden und die Baal denkst. Wat zu sehen wir, wir dann die Stried zwischen Ahab und Isabel und die 450 Profeite, all die gegen dem Elia. Und dann die Elia wir so als eine Maagd die Armee haben wir mit Gott vereinigt. Und so ist das nun ein Stried zwischen dem Herr und Baal wie den Karmel-Borg. 20. und 21. Vers Und Ahab schreckt noch all die Israelite und wenn ein Baal ist, dann schreckt noch all die Israelite und wenn ein Baal ist, dann schreckt noch all die Israelite und die Israelite und die Israelite hat sich nun verzammelt wie den Borg Karmel. Das wird nun ein interessanter und Spielstried sein. Elia wist gut, was an die Menschen erhört wir. Sie gefehle fair, dass sie dem Wohrgott anbäden deden, aber sie deden auch den Baal anbäden. Die Ursache, worum sie ihm keine Antwort geben, wie will sie wissen, dass sie schuldig wären. Sie reden ein, aber deden was anderes. Sie probieren zwei Wege zu gehen. Und wahr, mir ist so, das nun auch so und viele Städte, mank viel Christen. Die geben wir fair Christen zu sein, oder bewandeln nicht daarno, als er reden ist. Das stimmt nicht auf. Das ist besonders so und natürlich, wo Gott's ein Wort zoll klar und niedlich ütgelegt worden, nicht so? Und doch, zoveel Prede haben Angst, dass wenn sie Gott's ein Wort klar Prede werden, dann würden die Menschen nicht nach Deutschland kommen. Sie ja schon. 22. Versch. Dann sieht Elia, zu das Volk. Ich, und ich allein, sie ein Prophet für den Herr Gott. Über den Baal seine Propheten sind vierhundert und vatig manen. Die Elia hat ein interessante Sinn hier. Anweer so, dass sie die einstige wieder die Nacht für den Herr Gott reden ded. Ich traf Han und Herr so eine Prede, die auch so viele, und ich mag toestellen, dass ich auch manchmal so viel. Aber dann, mit einmal traf ich noch ein Prede, und die fehlt auch so. Aber wann wir dann anfangen Toop zu vertellen, dann wollen wir beide ein, dass, nee, wir sind nicht ganz allein, da sind wir beide, und dann wollen wir auch ein, dass da auch noch andere sind. Wir haben hier in der Prede gezaalschaft, wir kommen einmal die Mauer nach Taub, bloß für gezaalschaft, und ein an dem andere mit zu zu sprechen. Und dann dank ich, mein Herr, dass da noch mehr sind, die trü sind zu dem Herr Gott, und dann flitig Gott sehen, wo er Prede und unsere Rechte. Und wir moeten das auch tunen, und dann wo wir Prede oder unsere Rechte. Elia sagt er das falsch, dass er die einstige wieder, die nach für Gott stund, ob er wie anreicht, da werden noch sieben duzend, hier und da, die ihre Schnee nicht geborgen hadden für den Baal. Die scheint werden nicht leid damit, die werden vielleicht die stellen am Land, aber die haben sich nicht für den Baal durch schneid, aber die werden stellen, die haben zu dem Elia gut mit zu sprechen, aber haben das nicht getan. Er scheint nicht nicht mal, dass das so noch wäre. Elia reit nun wieder to das Volk, 23 und 24 Stafars. Loot Jana ans drei assen geben, en loot an einem willen für sich selbst, und dort ein biter schneiden, und dort ab das und ein Götter. Und das ist ein Götter. Und der Götter, die mit vier antworten wird, loot ihm dann Götter. Und all das falsch antwort und zegt, die reit als Götter. Und als ihr sagt, Elia zegt, will wir nur mal sehen, of die Herr Gott Gott ist oder nicht. Wenn Baal Gott ist, na, dann will wir ihm anbidden. Und wenn er nicht ist, dann will wir ihm rutschmieten. Wenn die Herr Gott die lebende Gott ist, dann will wir nu weten. Meine Freund, Gott will hierin haben, dass wir am Tjane sehlen. Wenn du vielleicht manchmal auch twiebel hast, wann du wirklich weite west und am wirklich Tjane west, dann wird er sich zu dir ab und boren. Wils he will jeren hat, dass du am Tjane soast. Die geluwe es nicht in ram gropele und diester, ans geluwe ruht ab wirklich tjete, friend, und ans radung dead ab die wirklich tjete ruhe, in dem Herr Jezus vertruhe. Nu sei wat hier passiere woord. Dit is immer han ein van die interessanteste tofall in der ganze schrift. 24 par 28 Faj En Elia zet die Baal profete, wilt für jund selbst ein ass en doot dem dat eerste reed maken, dan jies en viel, en dan roopt ap june jatter, ob doot tjain vier door unje, en ze nemen den as, den an je je we, en samariens bet meddach en zede, O Baal, hier ons, ob doot we, tjain stem, en tjain den antwoord jief, en ze hupste ap dem altor ram, den ze jeboot hadde, en dat peseer by meddacht tiet, dat Elia ans spotte deed, en zed, nou roopt dan met ne lude stem, dan hy es en God, en weder hy deed met wem vertale, oder hy es woe ap a jacht, oder hy es ap ne reis, oder verleicht slaapt hy, en am mat apgewaakt worre, en ze schrie je luud, en schneide zich nou ere oort met maas en kleine spiese, dat dat bloot root schoot. De Baalpriester schrengde zich nou zeer aan, en Elia zette bloos en check tot alles toe. hy weet goed, dat ze nisht worden an reide tjene, en dat is mees zo, as wan hed oon bet spose haf met an. De priester roope ap den Baal afgat, obe nisht passiert. Ze hupse ap den altor raam, schneide zich, en schließlich worre ze besanders iverig, obe nisht passiert, dat is alles stel. Ze denken zo, dat die baal moet schließlich amal wat doen, obe nisht. En die Elie zet obleus, en zegt schließlich to aan, dat ze matelude schrie, hy is verleicht op ne spetsier reis, en ze worden matelure, wat hy treed keem. Mees zo, dem Elie wordt dit haar schoen gegone, dat hy nu amal kan bewiesen, dat er gaat nisht weer, en während all dat passiert, stet dat falsch door, en check dat alles toe. Obe zo as manch mul gezeicht wordt, ene met got top as emme de meer het, en dat is ook se je war, en bewies zich hier zache, Elie leert dat hier nu derg deze erfahrung, dat nördliche tjenig rik, had zich van dem her got weich gedreht, en had zich en Isabel weer daar nu zemeie en gans het afvallen van her got, en jo, Elie stond daar nu gans alleen, dat is zo, dat daar bij zevenduusend andere were, die den baal nicht aangebet hadden, obe die were nicht hier dem Elie bieten stonen, die were schien toosje bleven, hy wist niet gemol dat er zo nu were, obe hy he, jegen dat weer, dat mag dat falsche beseehen, en dat we nicht leicht, am is vorken niet kritiseert worden, as my zo, die ha hem vollecht oud moots genannt, het zich dat bekant, dat falsche dan dacht zo, dat ze kunne dem were got niet seene, dat moes der geloven seine dem were got an te bede, obe deze child wat kunne ze zene, obe Elia wie er meie bezocht an dem her got te dene, dem true te zijn, als zoon te doen, dat de meeste mens deide, hij wil dat niet nou open, dat die andere deide bloes je zaalschaft te hebben, hij wil got om je volle leven, niet de meeste mens en zede, dat hij weer een no vergat, en 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 zijn als dat ik zou, hij weer zei zo als Johan veel jaren loter, die een einzelne stem weer in de wildnis, hij moet terug je in die zoten en zine macht, hij stond hier nu alleen, je 450 baal profete, en hij had nu des karmel bord gewild, dat alles om te licht te brengen, wer weer de vore God, hij wist dat je God, en hij wordt dat nu ook bewiesen, als die mensen den ganzen dag schreeu en ram gedanst hadden, zei die aan, dat het nu lang genoeg werd, ze hadden niet kon vier afbringen op er afverdicht in baal. Wo stoich es op God, moest des om te schroren, een moe God te welt, mag das wonderful, dan geeft he ons Jesus, die not wie voor mij, u sie het zo' lacht niet, die niet lobe is voor mij. Wo steuert es ons God, Und nun? Und nun? Und nun? Und nun? Und nun? Und nun? Und? 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 auf dem Herrgad zu verlaten. He hat je leid, dass von irgendetwas zulje doane worden, dann wird die Herrgad dort mit te doane. Und er wird dann bloß dort doane, was die Herrgad am Verzett, dass er doane soll. Und dann wird Gott das Evere doane, dort wist er. Das ist ein 30er Vers. Nun passiert das, als es die Zeit wird, dass das Ovent Schlagabfer zulje abverworen, dass die Profeet Elia dichtbiet heim und zied. Und hör ich noch das Gebet. O Herrgad, Oberhom und Isaac und Israel und Herrgad, loht es von Dauw zu weiten sein, dass du Gott best in Israel und dass ich den Dänen zie, und dass ich das alles gedoane habe, so als du mich das vergezagt hast. Ehe ich wiedergau, mit diesem Gebet. Ich wünsche mich, wann wir das anerkennen können, dass wenn Gott das nicht did, dann wird es nicht gedoane worden. Verstehst du Elia sein Gebet? Dort ist ein von die sehr wichtige Gebeten in der Bibel. Erst seht er, Herrgad, Oberhom und Isaac, und Israel, ihr Herrgad. Elia seht Israel, nicht Jacob. Worum Israel? Wils Israel wie die Nome, die je geeft wird, zu die Nation, nicht zu die twaalf einzelnen geslechter. Er sieht auch, dass es nun zu wissen, dass er das alles geht, nur Gott sein Wort noch. Und da ist eine gute Lektion für uns, fremd. Wie muss er sagen, dass wir doane, wie doane, so als Gott das vergezagt hat, nur Gott sein wille noch. Wir zullen nicht wat doane, so als wir wille, und dann dem Herrgad bede, dass er das zehne soll. Oberhom, Elia ist nicht derg, mit sein bede. 37. Vers. Du mein antworten, o Herrgad, du mein antworten, so dass das Volk wete mocht, dass du die Herrgad bist, und dass du er auch warte, was die trigg gedreht hast. Elia dit hier bede, dass die Herr mocht verharlicht worden, und sie wird passiert. 38. Dann fall dem Herrgad sein vier, und verbrennt das Brandapfer, und das Halt und die Steine, und das Stoff, und legt das Worte ab, das Ende grove wehr. Als das falsch das sag, fallen sie auf Erre gezeigte und sie die Herrgad ist Gott, die Herrgad ist Gott. Und Elia sie sie an, nehmt die Baalprofeite, loht nicht einem uitretzen. Und sie nehmen den, und Elia bracht den nach den Bachkissen, und Möge an der Doud. Dort weinschreitle die Dink te Däunen, aber dort riemde dem Baal Däunst ab. 41 Däunst 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 in Wind, und da wir in Grote Regen, und Aha breit, und jängt nur Israel. Elia wie ein Uitgetekende Maan, und so dass das falsch anerkennen wird, dass die Hängersnoot nicht bloß in Angeleck wird, dass sie ihm zu einkriegt, so als es anfängt, durch dem Elia sie ankommendieren. Das ist die 40e Vers. Und dem Herr geht seine Hand wie auf Elia, und und er kommt seine Gart an sich, und er kommt Ahab vorbei, nach der Israel eingang. Elia sagt zu Ahab, dass sie sich wird spüren müssen, weil sie die Bauch wird immer ranen, und dann wird sie nicht immer ranen. Aber dann fängt Elia an zu ranen. Woher? Und will sie ein Mann wieder, so als du ein Exzent, und er will nicht nacht werden. May er das nächste Mal, das sage, meine Freunde. Jesus. Jesus tritt brauchst, ausgeht sich, doch fährt sei uns selbst. Und sie tritt inachts ein O told Welt j Hei, hab Gott nicht wehrt, hei, dein Kind ist schuld. Jesus, stark und glied für mich, er knie von Sünden fliegt.